Hallo. Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir Ihnen bei der Begleichung Ihres Kreditbetrags von 30.000 Euro behilflich sein werden. Alles, was Sie jetzt noch tun müssen, ist, uns Ihre Bankkontodaten zu senden, um Ihren Kreditbetrag von 30.000 Euro zu erhalten mit einer Scan-Kopie Ihres Personalausweis und Ihrer WhatsApp-Telefonnummer, damit wir fortfahren und Ihnen dringend bei Ihrem Kredit helfen können. Blablabla. Servus von der Mehlmüllheide. Heute sehen wir uns an, was der Edoardo so zu sagen hat. Ich glaube ja, dass er noch in der Ausbildung ist, denn so dämlich, wie er sich anstellt, kann doch keiner auf den Scam reinfallen. Guckst du! Zum besseren Verständnis meiner Mehlmirmalmüll-Videos und damit ich dich nicht in jedem einzelnen Video mit den Details langweilen muss, schau dir bitte das Making-of-Video dazu an. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Nach Edis erster schönen Mehl und meiner Beschreibung meiner Notlage hat er mir erstmal die allererste Mehl nochmal geschickt und dann unaufgefordert Müll auf Spanisch. Auszubildender Fehler Nummer 1 Schlampiges Arbeiten Natürlich habe ich reklamiert und ohne jeglicher Begründung oder Entschuldigung für den Sprachschlamassel hat er mir dann sofort die weitere Vorgehensweise auf Deutsch geschickt. Begründung und Entschuldigung fehlt. Auszubildender Fehler Nummer 2 Jedenfalls sollte ich jetzt sofort, ohne dass er irgendwelche Daten oder Dokumente von mir erhalten hatte, 150 Euro über Remitly schicken, damit er die 30k überweisen kann. Schön gemacht mit Kopieren einfügen, allerdings nicht sehr vertrauenserweckend. Diese hastige Eile ist auszubildender Fehler Nummer 3. Und mit selbiger Mehl kommen Überweisungsinformationen nach Südafrika. Wie gesagt, ohne großartiger Informationen über mich und auch nicht für mich soll ich erstmal schicken. Wer macht bitte so etwas? Leute, einfach die Finger weg. Brauchst du Geld, dann wende dich an eine Bank mit einer physischen Niederlassung in deiner Stadt und rede mit einem kompetenten Berater. Oder wenn deine Situation es nicht anders zulässt, dann wende dich an Familie oder Freunde oder an die Schuldnerberatung. Schicke niemals Geld für Notariats- oder Bankgebühren. Niemand seriöser arbeitet so. Bei mir kommen ja noch viele weitere Videos zu dem Thema, jetzt aber erstmal weiter mit Eduardo. Auf meinen Einwand, dass mir weder der Kontoinhaber oder die Kontoinhaberin in Südafrika aufgrund des Namens war es mir nicht möglich, das Geschlecht festzustellen, noch dieses Remitly etwas sagt, hat Eduardo wie aus der Pistole geschossen und wie im Lehrgang Kundenzufriedenheit gelernt, Folgendes geantwortet. Sobald sie diese 150 Euro überwiesen haben, wird ihr Darlehen umgehend auf ihr Bankkonto überwiesen. Ich bin ja grundsätzlich ein ruhiger und ausgeglichener Mensch, aber auszubildender Fehler Nummer 4 in puncto kundenfreundliches Fragen beantworten, hat mich dann schon ein kleines bisschen nervös gemacht. Und obwohl ich dachte, dass ich vielleicht sogar zu streng war, erlaubt sich der irre Eddie seinen Aufruf zur Überweisung zu wiederholen und fragt mich, ob er mir die Bankverbindung schicken soll. Und das obwohl ich gerade reklamiert hatte, dass mir diese Person in Südafrika nichts sagt. Offenbar möchte Eduardo in die Scam-Geschichte eingehen als der ignoranteste Scammer ever. Denn nachdem er ohnehin meine Fragen nicht beantwortet hatte, musste ich ihn auf einem anderen Gebiet testen. So habe ich eine Rechnung für die Gebühren angefordert, um diese meiner Bank und meiner Buchhaltung vorzulegen, damit diese die entsprechende Überweisung freigeben. Erst sollte die Rechnung kommen, nachdem ich bezahlt hatte, dann wurde das Thema wieder komplett ignoriert. Vielleicht liegt es ja an mir. Vielleicht drücke ich mich nicht klar aus. Vielleicht ist es schwer zu verstehen, wenn ich sage, dass Bank und Buchhaltung das Geld erst freigeben, wenn ich eine Rechnung vorlege. Da verstehe ich schon, wenn Eddie mir Mut machen will und motivierend meint, dass ich es doch versuchen sollte, die 150 Euro zu überweisen. Dafür gibt es einen Motivations-Pluspunkt in der Ausbildungsakte. Und dies habe ich ihm dann angemessen kundgetan. Glaub es oder auch nicht, aber in seiner nächsten Mail kam wieder die Frage, ob er nun die Bankverbindung schicken soll, damit ich die 150 Euro überweisen kann. Also für mich ein absolutes Mitarbeitsminus, welches sich bestimmt auf die Endnote auswirken wird. Ein letztes Mal wollte ich ihm helfen und reklamierte die Rechnung für die Gebühren. Und weil wir uns ja mittlerweile blind verstehen, schickte er mir diese entscheidende Frage. Sie möchten eine Rechnung für Ihr Darlehen? Nach dem ersten Schock war da erst nur Dunkelheit und Stille, doch dann kam mir die einzig richtige Antwort darauf in den Sinn. Also eines muss ich Eduardo schon lassen. Er ist perfekt darin, jemanden in einer Verarsche nochmal zu verarschen. Oder er ist einfach nur Strohdumm. Ich kenne ihn leider nicht persönlich und immerhin hat er nochmal alles versucht, indem er mich fragte, ob ich denn zahle, wenn ich die Rechnung erhalte. Ich habe das natürlich bestätigt und nochmal erklärt, umso verstörender war dann seine letzte Nachricht. Meine Bank sagte, dass sie zuerst die 150 Euro bezahlen, bevor sie die Rechnung über die von Ihnen bezahlte Gebühr erhalten. Ja, es war tatsächlich seine letzte Mail an mich. Alle weiteren Rückfragen blieben unbeantwortet. Vielleicht hat ein Meister den Auszubildenden endlich darauf hingewiesen, dass bei mir nichts zu holen ist. Und vielleicht hat jemand Eduardo auf seine Performancefehler hingewiesen. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass er dieses Video nicht sieht und am Ende noch etwas daraus lernt. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und hoffe auf ein Wiedersehen beim nächsten Video.